Wir kommen jetzt zu einem 16-jährigen Künstler, der aber schon in der Musik zu den ganz, ganz Großen zählt. Mit 5 bekam er seine erste Geige geschenkt. Mit 8 gab er sein Konzertdebüt und mit 12 Jahren trat er bereits in der legendären Carnegie Hall auf. Und heute verzaubert er uns hier in Chemnitz mit Vivaldi, Elin Kornev. Musik 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 Ihr Lieben, sag mal, freut sich ein 16-Jähriger eigentlich noch auf Weihnachten wie ein kleines Kind? Na, eher Teenager-mäßig. Wie freut man sich als Teenager, danke, auf Weihnachten? Ein bisschen verschlossener, würde ich sagen. Verschlossener, aber innerlich brodelt es trotzdem. Teenager-mäßig. Irgend am Tannenbaum liegt bei dir? Ja, eine Kamera. Hast du dir gewünscht? Warum bist du eigentlich so sicher, dass dir der Wunsch erfüllt worden ist? Ich hoffe es einfach mal. Weil du brav warst, toll aussiehst, toll spielst. Also kann eigentlich nichts schief gehen, oder? Hier ist auch noch ein kleines Präsent, das kannst du mit dazulegen. Vielen Dank. Ja, und jetzt kannst du so mal auf Teenager-weise diesen Baum noch verschönern. Okay. Ich bin gespannt, wie du das machst. Danke, Elin. Danke. Danke, Elin. Danke, Elin. Danke, Elin. Danke, Elin.